Herzlich willkommen bei den Poker Ressays. Du hast das Video zum Starting Hands Chart gesehen und möchtest testen wie Sattelschess du bist? Oder möchtest du einfach nur nachvollziehen welche Gedanken hinter dem Chart stecken? In diesem Video zeige ich dir konkrete Preflop Situationen und du entscheidest wie du die jeweilige Hand spielen würdest. Nach jeder Frage hörst du einen Countdown. Am Ende des Countdowns schlage ich dir eine Antwort vor und bespreche mit dir welche Gedankengänge hinter der jeweiligen Aktion stehen. Wenn du möchtest kannst du das Video an den jeweiligen Stellen stoppen und dir etwas Zeit für deine Antwort nehmen. Oder du wartest einfach den Countdown ab und vergleichst deine Entscheidung mit dem jeweiligen Lösungsvorschlag. Fertig? Los geht's! Stell dir vor du sitzt in mp2 an einem Shorthandertisch mit 6 Spielern. Du hältst die 10 of Spades und die 9 of Spades und musst entscheiden wie du die Hand eröffnest. Entscheide dich zwischen einer der 4 Möglichkeiten. 1. Du raced auf 3 BB 2. Du callst 3. Du gibst auf und foldest 4. Du raced all in Du hast dich für Antwort 3 aufgeben und folgen entschieden? Herzlichen Glückwunsch! In mp2 spielst du nur wenige Hände und entsprechend ist ein Fold der Spielzug, mit dem du teure Fehler auf späteren Streets vermeidest und zugleich mit 10 9 suited nur wenig Value liegen lässt. Fortgeschrittene Spieler können erwägen die Hand auf 3 BB zu erhöhen. Für den Anfang rate ich dir davon ab. Die Gefahr ist zu groß, dass du im weiteren Spielverlauf vor schwierige Entscheidungen gestellt wirst und mit dieser Hand out of position mehr Chips verlierst als du gewinnen kannst. Der Call und der All in sind beides keine Spielzüge, die du in dieser Situation als Standardzug in Erwägung ziehen möchtest. Wenn du spielst, möchtest du Druck auf deine Mitspieler aufbauen, daher scheidet der Call aus. Und auf ein All in callen dich nur bessere Hände, sodass du wenig gewinnen kannst, jedoch bei Gegenwehr alles verlierst. Stell dir nun vor, du hältst in derselben Situation das Ace of Diamonds und die Queen of Clubs. Wie entscheidest du dich diesmal? Raisest du auf 3 BB? Callst du? Gibst du auf und foldest? Oder gehst du All in? Du erhöhst die Hand auf 3 BB und bist bereit auf Widerstand aufzugeben. Ein Call ist keine Option, da du Druck auf deine Mitspieler ausüben möchtest und mit dem Raise den Pot am liebsten sofort gewinnen möchtest. Für einen Fold ist die Hand zu stark und ein All in ergibt in dieser Situation keinen Sinn, da ein All in nur von besseren Händen gecallt wird und du mit dem 3 BB Raise genügend andere Hände zum Folden bringst. Du befindest dich nun in MP3 und hältst die Tray of Hearts und die Tray of Spades. Wie spielst du? Erstens raced du auf 3 BB, zweitens callst du, drittens gibst du auf und foldest oder viertens gehst du All in? Ein Raise auf 3 BB ist die richtige Antwort. Pocket Pairs kannst du First in aus jeder Position erhöhen. In MP3 bist du bereit, Uses bis Tens auf ein Re-Race in aufzugeben, mit Jacks ein Re-Race zu callen und mit Queens, Kings und Aces ein Re-Race zu 4 betten, beziehungsweise wenn dir nach der 4-Bett weniger als 50% deines Decks verbleiben, All in zu gehen. In MP3 hältst du den King of Diamonds und die Queen of Diamonds. MP2 foldet, du erhöhst auf 3 BB, der Cut-Off re-Raced auf 9 BB, der Button foldet, der Small Blind foldet und der Big Blind foldet. Du bist am Zug, wofür entscheidest du dich? Erstens ein Call, zweitens eine 4-Bett auf 27 BB, drittens ein Fold oder viertens für ein All in? Mit King-Queen suited 4-Bettest du in dieser Situation auf 27 BB und bist bereit, auf weiteren Widerstand hinaufzugeben. 27 BB ist für eine 4-Bett plausibel, jedoch gibt es dir die Möglichkeit, gegen Widerstand noch aus der Hand zu kommen. Die 4-Bett ist gegen die 3-Betting-Ranges Cut-Off ein Bluff und dient dazu, dass du nicht nur mit den hohen Pocket-Pairs, also Queens bis Aces, weiterspielen kannst. Sei dir jedoch dessen bewusst, dass wenn dein Gegner callt, du häufig gegen Ace-Queen spielen wirst und für den Fall, dass du am Flop eine Queen triffst, entsprechend nicht zwingend vorne liegst. Allerdings tendieren viele Spieler dazu, auf deine 4-Bett hin auch Hände wie Tens oder Jacks zu callen, gegen die du 6 outs hast und entsprechend zu etwas über 30% am Flop triffst. Wenn du allerdings davon ausgehst, dass dein Gegner nicht in der Lage ist, Tens und Jacks zu callen, jedoch eher Hände wie Ace-King oder Ace-Queen, solltest du erwägen, lieber aufzugeben und gegen diese Gegner eine Hand wie Jack-Tens-Hudded in deine 4-Bett-Range zu nehmen, da diese im Fall eines Calls weniger häufig dominiert ist, bessere Chancen hat, sich auf eine Straight zu verbessern, jedoch im Falle eines Treffers weniger Pocket-Pairs deiner Mitspieler dominiert. Stell dir vor, du sitzt im Cut-Off und hältst das Ace of Spades und die Six of Clubs. Für welchen Spielzug entscheidest du dich first in? 1. Raise auf 3 BB, 2. Call, 3. Fold oder 4. Raise auf 4 BB? A6 of Spades zählt zu den sogenannten Baby Aces. Baby Aces bergen die Gefahr, dass du, wenn du auf Widerstand triffst, häufig dominiert bist. Triffst du am Flop das Ace, so hast du einen schlechten Kicker und triffst du am Flop die Six, so hast du vermutlich nur Bottom-Pair und viele Outs gegen dich. In jedem Fall bedeutet das Spielen von Baby Aces, dass du dich in eine Situation hinein manövrierst, in der du in jedem Fall vor schwierige Entscheidungen gestellt wirst. Versuche dies zu vermeiden, folde und warte einfach auf die nächste Hand. Du sitzt im Cut-Off und hältst das Ace of Spades und die Five of Spades. MP2 foldet und MP3 called. Für welchen Spielzug entscheidest du dich? 1. Raise auf 3 BB, 2. Call, 3. Gibst du auf und foldest oder 4. Raise du auf 4 BB? Aces 5 suited gehört zu den Händen, die du im Cut-Off First-In auf 3 BB raisen würdest. Es ist zwar ein Baby Ace, jedoch gibt dir die suitedness die zusätzliche Chance auf einen Nut-Flush-Draw und damit den Gewinn eines potenziell großen Potts. Vor dir hat jedoch MP3 schon gecallt. Gemäß den Vorgaben des Starting Hand Shards erhöhst du die rot markierten Hände im Cut-Off auf 3 BB plus einen zusätzlichen BB für jeden Spieler, der schon durch einen Call eingestiegen ist. Entsprechend raced du in der gegenwärtigen Situation auf 4 BB. Du sitzt im Button und hältst die Four of Diamonds und die Four of Hearts. MP2 foldet, MP3 raced auf 3 BB und der Cut-Off foldet. Für welchen Spielzug entscheidest du dich? 1. Callst du den Raise 2. Gibst du auf und foldest 3. 3 Bittest du auf 9 BB 4. Gehst du All-In Mit Pocket Pairs möchtest du Preflop First-In aus jeder Position raisen. Da jedoch vor dir erhöht wurde, gibst du in dieser Situation auf und foldest. Wenn du dir sicher sein kannst, dass weder der Small Blind noch der Big Blind nach dir erhöhen, dann kannst du auch ausnahmsweise einen Call in Erwägung ziehen, in der Hoffnung am Flop ein Set zu treffen und damit einen großen Pot zu gewinnen. Du sitzt im Small Blind und hältst das Ace of Hearts und den Jack of Hearts. MP2 foldet, MP3 foldet, der Cut-Off foldet, der Button foldet und du entscheidest dich mit Ace Jack suited für ein Raise auf 3 BB. Der Big Blind denkt nach und erhöht deinen Raise mit einer 3 Bitt auf 9 BB. Wie reagierst du? Gibst du auf und foldest? 4 Bittest du auf 27 BB? Callst du? Oder gehst du All-In? In dieser Situation kann der Big Blind mit vielen Händen erhöhen. Entsprechend besteht kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Und ein Fold scheidet gegen die meisten Spieler mit deiner starken Hand aus. Auch einen All-In möchtest du nicht spielen, da du weißt, dass du nur von besseren Händen gecallt werden wirst und viele Hände auch mit einem normalen Raise in Höhe von 27 BB zum Fohlen bringen würdest. Entsprechend sollte deine Entscheidung zwischen einem Raise und einem Call fallen. Da du gemäß Starting Hand Shards auch Hände in deiner Range hast, die du callen willst, wie zum Beispiel 8s, 9s, Jack 10 suited oder Queen Jack suited, benötigst du in deiner Calling Range Hände, welche dir helfen, falls auf dem Flop ein Ace fällt. Ace Jack suited ist hierfür sehr gut geeignet, denn zum einen ist es stark genug, um gegen die Raising Range des Big Blind zu bestehen und zum anderen schützt es die Hände in deiner Calling Range, welche auf einem Ace High Board vor schwierigen Entscheidungen stehen würden. Ich habe dir in diesem Video typische Beispiele für Preflip Situationen gezeigt und du hast überlegt, wie du die jeweilige Situation spielen würdest. Danach habe ich dir jeweils anhand des Starting Hand Shards erläutert, welchen Standardspielzug ich dir empfehle und welche Gedanken du für dein Spiel in der jeweiligen Situation in Erwägung ziehen kannst. Ich hoffe, das Quizformat hat dir gefallen, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. In jedem Fall freue ich mich auf das nächste Mal und wünsche dir viel Erfolg an den Tischen.